also ich habe auch das Grün betreffend ist wie so bin ich es wieder meine Fresse erhält man muss jetzt gleich wieder nach der Luft schmeißen Achtung aufpassen bei einer anderen Seite der Führung der Führung ich glaube er denn Prozent und halte die Erwartschweiger wenn er in Wartschweiger danke unter kriegen immer wie immer ich habe ja 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 er hat mich mit er hat einen schweiz getötet ha wo ist ich doch weiß ich nicht der laster gefunden also wird extrem verdächtig da wird hier ab wie zählen hier körper als das darf da nicht wahr sein ist überhaupt hier noch jemanden nicht verhält ich steck meine auch weg green hier ich habe keine waffe ich habe keine waffe ja genau wie ich wusste dass grünes Ding ist da mir war es so klar dass die hängt vor euch ne leiche auf und ihr sieht es nicht jetzt da rein jetzt steht man nein so muss nicht sein das hat wehgetan auch so sieht es zählen ich habe angst vor dir wort der hell was ist hier passiert leute aber eine explosion leute wo seid ihr was ist hier los stopp 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 du bist der Einzige mit einer warte mal da steht auch noch einer welche Waffe hat welche Waffe hast du auf einer Merkundentwicklung ich bin noch am Leben das ist ja die Waffe gefeuert ja aber schaut mal da ist ja da ist auch nur eine Waffe und guck mal hier sind überall Leichen vielleicht hat einer von denen die eine Waffe gehabt ja ich bin doch schon weg ich hab doch nichts was schaut ja nicht so an stopp 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 er hat das geschieht er hat einen getötet er hat einen getötet er hat einen getötet ich habe ich habe ich habe es ich habe ich habe es Ich warte auf dich Komm raus und wir spielen Bäm, so macht man das als Trader, so macht man das als Trader Hallo, nicht schlecht man, nicht schlecht Alter, die Papestation Bäm, so macht man das als Trader